Ja, bestimmt. Dass wir die, äh, dass wir die Quests mal bitte durchlesen sollen, bevor wir einfach losrennen. Herzlich willkommen zu Journey of the, äh, was? Savage Planet. Ich hab den Namen grad vergessen. Journey to the Savage Planet heißt das Spiel. Savage Planet. Ich hab nur noch die juckenden Felder im Kopf, weil Goro das gerade gesagt hat. So, was ist unsere nächste Aufgabe? Mir wurde heute in den Kommentaren geschrieben, ach so. In Folge sechs oder so. Weiß jetzt nicht, welche Folge das hier ist. Folge 20 oder so. Dass wir uns doch bitte mal die... 2020, oder? Ja, bestimmt. Dass wir die, äh, dass wir die Quests mal bitte durchlesen sollen, bevor wir einfach losrennen. Eigentlich ist scheinbar unsere Taktik immer, dass wir losrennen. Ja, ist doch gut. Und alles auf eigene Faust erkunden wollen. Ja, aber... Erinnerst du dich noch an Minecraft-Sieg? Da war's genauso. Bei Sieg war das genauso. Das hat abfusioniert. Das ist mir da kein Problem. Das find ich auch... Also, ich find's das völlig in Ordnung. Also. Wir können jetzt auf, auf und davon machen. Oder... Wo siehst du eigentlich unsere Quests? Äh, bei J. Ach da. Da sind wir da rein. Weck und wir an Quests. Man hat ganz schön viele Quests, wa? Also, hui, wenn ich... Oh ja, Sekunde. Wissenschaftliche Experimente. Global. Global. Ja gut, bei global sollen wir halt... Global sind ja so, ja. Ne? Machen wir so nebenbei. Ja. Wir sollten auch noch mal... Das wurde mir heute auch noch mal geschrieben. Wir sollen noch mal in die erste Gegend. Das machen wir jetzt auch. In die erste Gegend? Außerhalb der Javelin. Ja. Da musst du noch mitkommen. Ich warte hier. Der Zell drunter. Okay. Weil da gibt es nämlich eine Stelle, da kommt man nur mit Doppelsprung hoch. Und den hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Weischt? Ah, ich weiß welche. Ja, wo wir versucht haben, so rüber zu springen. Ganz genau. Und das konnte man damals nicht. Aber wir haben jetzt ja Doppelsprung. Richtig. Richtig. Ich erinnere mich. Ey. Mini-Boy-Monkeys. Bo-bo-bo-bo-bo-bo. Das war hier hinten, ne? Hier war das. Hier, ne? Ja, ciao. Ne, da hinten, wo du bist. Echt? Wo war denn das jetzt? Da hinten. Ich bin hier. Hallo. Wie bist du da rübergekommen? Links. Achso, hier war das. Bo-bo-bo-bo-bo. Bo-bo-bo. Ist sehr leer hier. Da gibt es erstmal nochmal hier Stuff davon. Ich höre ein Vögelchen. Was bist du? Ein Mopsvogel. Schnee. Ah, da sehe ich ein Level-Up-Ding-Sie. Ich sehe hier einen Mopsvogel. Na, du kleiner, süßer Mopsvogel. Hier ist ein Loch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da rein wollen. Da wollen wir gleich rein. Gehe ich mal von raus. Jetzt wird die Höhle sein, wo wir von unten rein können. Ja. Also, das Level-Up habe ich jetzt hier gefunden. Ich laufe jetzt gerade hier rum. Hier ist nichts wirklich sonst. Hier vielleicht? Nee. Ja. Hat sich nur für das eine Schleimding-Siegel lohnt. Wir können jetzt mal in das Loch fallen. Aber sonst. Können wir mal probieren. Aber das wird die Höhle. Ja. Hier ist es ja. Hier war das Raumschiffteil. Ja. Ja, okay. Na ja, jetzt haben wir das Ding auf dem Fall. Ja, jetzt haben wir das. Aber wir haben diesen Wunsch erfüllt. Aber wenn wir weitergehen, da hinten. Da gibt es auch noch mehr Sachen. Da waren auch mehrere Ebenen nach oben. Mo, 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 boah. Da, wo die Pflanze oben ist. Ach, da, ja. Oh, die gehen kaputt. Mit einem Aufladenschuss. Ja, oh, so auch anscheinend. Nee, da nicht. Aufgeladenen Schuss geht's. Das muss nur der Nebel weg. Das dauert jetzt im Moment. Jetzt ja, bei mir auch. Ach, schön hier. Guck mal, da unten gibt's auch irgendwas. Da siehst du das? Was meinst du? Da gibt's bestimmt hier wieder eine Legierung, oder? Kann sein. Mo, 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 mo. Oh, shit. Okay. If you are. Ich hab's verkackt. Oh, nein. Weiß nicht, du bist wahrscheinlich schneller mit deinem Aufgeladenen Schuss. Das wird jetzt gleich so weit. Das dauert noch einen Moment. Guck mal, da hinten ist auch überall. Da müssen wir all den Ball hoch. Das ist vielleicht gar nicht so blöd, jetzt erstmal nochmal hier vorne zu machen. Brauchst dies? Ah, nix. Ich bin runtergefallen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wie kommen wir denn da hoch? Wahrscheinlich mit dem Mega-Jump, den wir irgendwann mal kriegen. Du hoffst zumindest, dass wir einen Mega-Jump kriegen. Muss. Da gibt's ja auf jeden Fall eine Legierung. Das ist ja so eine Pflanze. Da müssen wir diese Popel wieder abschließen. Nefi, hier ist wieder eine Pflanze. Ist die neu gespawnt? Keine Ahnung. Ich stehe auf jeden Fall in der... Dann laufst du drum rum. Das geht. Am Rand kannst du langlaufen. Wieso ist... Die sind ja alle neu gespawnt. Ja, komm schnell. Wir müssen auf jeden Fall hier die Gänge zerstören. Einer ist noch irgendwo... Da oben. Da. Das ist offe. Alien-Dirion. So. Aber die hat ja nicht erforscht hier? Ne. Jetzt müssen wir rüber auf die andere Seite. Müssen wir nicht nur hier rüberhüpfen? Oh Gott. Was ist da drüben? Äh, da. Ja. Aber da kommen wir... Ja, von da rüber. Okay. Noch ein bisschen backtracken. Backtrack, backtrack. Oh, guckt man da hoch. Ei, ei, ei. Oi. Das könnte eng werden. Ah, easy. Easy? Easy. 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 Oh, oh. Das war der falsche Weg. Ich dachte, du hast die Wüten gemacht. Ich hab dir nur Ungegeben. Ist das der richtige, oder? Rüber, wuhu. Äh. Ah, nein. Ich hab nicht F gedrückt. Okay. Ah, da brauchen wir Explosionen. Wir haben doch alles jetzt, ne? Ja, das haben wir. Da hängt ein Schlabberlatz. So. Aha. Warte mal, den kriegen wir ja jetzt so kaputt. Überwerfen, Kuh, ne? Äh. Ist offen. Okay, müssen wir da noch irgendwie drüber. Oh, gosh. Nein, das ist der falsche Weg. Oh, äh. Da drauf. Da ist noch ein... Oh, da gibt es voll viele, ey. Levelaufstieg. Wooo. Ich liebe Levelaufstiege. Ach so, da. Oh, Gott. Hast du es geschafft? Ja. Auch ein Level-Up-Ding. Hm. So, haben wir jetzt alle hier? Das war drüber. Mein Gott, das ist ja... Wurdest du runtergeschleudert? Nee, ich habe es zum Glück noch überlebt. Alter. Aber ich wollte eigentlich eine Lebenprobe entnehmen. Darum blinkt noch irgendwas da oben. Ach so, nee. Das ist hier diese Item-Packs. Dann kommen wir wieder zurück. Ja. Dann... Gibt es da drüben noch ein Leben? Da! Ja, da, hier. Da. Ja. Oh, mein Gott. Ja, das sind fiese Sprünge. Nice. Ja, dann haben wir hier... Ach, da hinten ist noch einer. Aber da kommen wir noch nicht hoch. Das Gesicht. Wo? Ach, da hinten. Oder kommen wir da hinten? Nee. Nee, das ist zu hoch. Dann haben wir alle jetzt... Haben wir alles hier jetzt? Ich glaube schon. Sind Sie sicher? Gab es ein paar... Gab es ein paar Level-Ups jetzt hier? Ja. Oh Gott. Ja, dann... Wollen wir jetzt... Guck mal, das ist hier, wo wir hochversucht hatten mit den Schleimen und so. Weil hier ist eigentlich... Ja, genau. ... ein Haken. Ja, den Haken kannten wir ja noch nicht. Sind das immer noch die Slime-Pads, die wir hatten damals? Sind das die von uns geplatziert? Nee, nee, nee. Unsere sind die gespawnt. Was sind du jetzt? Gehst du doch da hoch, oder was? Ich gucke, aber das geht. Gege ich keine Chance. So, wo bist du? Ich bin da unten. Ich hole mir ein bisschen Leben. Was gibt es denn noch? Also da hinten leuchtet so ein... Leuchtet das Level. Unsere Javelin wahrscheinlich. Gehen wir da mal hin. Die Kiste leuchtet da. Irgendwie eine Kiste zum Holen. Also so eine Vorratskiste. Ist da meiner gestorben? Ich wahrscheinlich. Ist das nicht unser Javelin? Nee, das Kistensymbol ist über der Javelin. Das ist irgendwie da mit drin. Du könntest schon voll lange rennen durch die ganzen Level-Ups, voll nice. Am Anfang konntest du so gar nicht rennen. Du rennst schon die ganzen Zeit. Du konntest nur so drei, vier Sekunden rennen, dann jetzt. Ja. Ja, geht drin. Das ist in der Javelin drin, ne? Javelin. Gehen wir mal rein. Können wir irgendwas upgraden mit dem Dings? Glaub ich nicht. Mit der Eljenigierung? Wie hab ich schubst? Boah, 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 boah! Lass uns mal gucken. Waffen? Keine Waffen. Gegenstände? Jetzt wird sofort angezeigt. Ausrüstung? Keine Ausrüstung. Rucksack? Kein Rucksack. Visier? Kein Visier. Okay. Ich mach einmal hier mein... Ne, mach ich gleich. Hm. Wollte einmal mein Rollo runter machen, aber das kann ich auch zwischen den Folgen. So. Okay. Dann haben wir das auch. Dann lass mal kurz gucken. Was ist denn noch so alles dran hier? Auf und davon. Start der Boost. Ich konnte den Turm. Blockiert. Du benötigst, weil das ist ein Protonenseil zum Fortfahren. Wenn wir Spaß mit Ätzmitteln machen, haben wir immer Säure zu werfen dabei. Spaß mit Ätzmitteln. Dafür brauchen wir aber den Kartografen. Hol dir deine Beute. Du bist gestorben. Hol dir deine Sachen zurück. Ach so. Die verfolgen wir jetzt mal. Da liegt schon mal... Ja, das ist die Geste. Schon mal einiges. Aber wo ist die? Bei Pilze von... Ne. Pilze von... Ne. Na, Beutebox. Bei Althander Abgrund. Bei Althander Abgrund? Althander. Ach so. Du hast aber Althander gesagt. Althander. Du bist aus einem Althander Abgrund. Du hast Althander gesagt. Althander. Das hast du nicht gesagt. Ach, da hinten, guck mal, 70 Meter. Ah, das ist da, wo ich gestürzt bin, weißt du noch? Mhm, ja. Wo du dann sagtest, Jan, was soll ich jetzt machen? Stimmt, ich erinnere mich vage dran. Da ist er dann. Sehr gut, bisschen abgeschlossen. Ja, easy. Easy game, würde ich sagen. Guck mal, sofort wieder Platz im Journal. Ich hätte gesagt, sonst den jetzt. Wen? Verlorener Kartograf. Genau, den brauchen wir. Ich teile doch alles ab mit dir, oder nicht? Wenn du den markierst, sehe ich den nicht. Siehst du nicht? Ich glaube nicht. Der ist da oben. Wird er dir nicht gelb angezeigt? Jetzt, jetzt habe ich ihn selber angeklickt, ja. Ach so. Wo bist du hin? Bist du wieder hoch? Ich steh nur hier oben. Da müssen wir... Da müssen wir... Ist auch hier ein Geheimnis. Ist auch hier ein Geheimnis. Hm? Wo ist er denn? Wie, wo, wo ist er denn? Kannst du Grafenzeichen nehmen? Ach so, man muss Tab drücken, ne? Das ist... Z, Z was? Z, ah. Da oben müssen wir irgendwie hin. In die Richtung ist das. Aber die Frage ist, ob wir da... Ob wir uns nicht dahin teleportieren können. Ob das nicht eine andere Ecke ist. Das können wir gucken. Können wir mal gucken. Was ist eigentlich hier denn? Haben wir das schon mal aufgesammelt? Äh, ja. Irgendwas klappt uns an. Ach so, das sind die hier. Ah ne, es ist noch zu. Das können wir aufmachen irgendwie. Erstmal werden wir abgeschossen von dem Vieh hier. Ja, die scheiß Hiecher, die... Die alles blocken. Oh, komm zu dir. Die auch nur mit dem Powershot gehen. Oder wenn die fliegen. Wenn sie hängen zumindest. Oder wenn sie fliegen, ja. Wenn sie direkt auf dich zu fliegen. Ist aufgegangen. Ey, ist aufgegangen. Das war unsere Mission. Ja, nice. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist das eigentlich hier? Ach, das gibt, ne? Ja, das sind die Eddinger, glaube ich. Pestbombenpflanzen. Ach so. Und das hier kann man scannen noch. Ah, Teenager. Die kleinen Versionen. Und das sind dann die Babys. Warte. Ja. So. Wir können über die Pilze da hoch. Jetzt gibt's erstmal nochmal ein bisschen Kunststoff. Über die Pilze? Ja, hier über... Ach so. Wir gucken erstmal einen Teleporter, ob der irgendwo anzeigt, ob wir woanders hin müssen. Ehrlich gesagt. Da... Hier hinten ist der Teleporter, oder nicht? Ja, da... Oh Gott. Gott! Äh, ja, wir können Pilzes von... Das sind Pilze, ja. Das ist da hinten. Da können wir hin. So, das ist der gelbe Cursor. 75 nur noch. Ich bin komplett woanders gelandet. Gegner. Lustig. Wie, sind wir... Sind wir falsch gelandet? Nee, ich bin... Ich war... Du bist hier gelandet. Weißt, wo ich stand? Na? Da oben. What? Also. Cursor ist in die Richtung hier. Ja. Ist das Wasser giftig? Ah. Ist dann nicht mal tief. Cursor ist in die Richtung. Müssen wir da rüber? Wir sind hier hoch. Doch, das weiß ich noch. Kann man da links lang? Wo du gerade lang gehst? Warte, geh mal da weiter. Hier ist auch ein Geheimnis. Oh Gott. Hier hattest du mich dann mal abgeholt, ne? Kann sein. Ah! Äh, nee. Oh, siehst du den da unten? Man kann bestimmt von hier und dann mit einem getimten Jump unten aufkommen. Ja, klar. Aber wir haben das noch nicht. Das ist schlimm. Das bringt uns da unten nichts. Wir brauchen diese Ausrüstung zum... Diese... Um diese Schienen da zu benutzen. Ja, dann brauchen wir jetzt erstmal gar nicht hier sein. Da brauchen wir gar nicht runter erst. Da kommen wir nicht weiter. Aber das ist... Ist das... Das ist nicht unser Ziel. Z... Ihr drückt mal Z, dann siehst du den Cursor, ja. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Dann zieh ich den Cursor? Z. Achso, da hinten ist er. Ja. Hier runter? Ne, das ist ja falsch, ne? Ne, ne, da sind wir damals hochgeklettert. Vielleicht müssen wir in die Richtung, Richtung Norden und dann irgendwann links abbiegen. Ah, sind das vielleicht die Plattformen, wo du schon lang gehüpft bist? Bienen. Was ist hier? Ah, hier ist gar nichts. Achso. Ich sehe nur so einen kleinen Goro bei ganz weit weglaufen. Den Baum kann man hoch, ne? Da sind so Kletterdinger. Äh, ja, aber hier sind auch die... Die Nester kannst du abschießen. Habe ich schon gemacht. Ach, hier kannst du hochklettern, ja. Meinst du, das wollen wir? Also das ist nicht für unser Ziel. Also die Nester musst du mit einem geladenen Schuss abschießen, ne? Den kannst du auch so nochmal abschießen. Äh, das ging jetzt bei mir nicht. Wenn du in der Mitte triffst. Vom Nest. Achso, ja, dann war das Loch zu klein. Okay, aber das ist ja nicht für unser Ziel. Dann ist es ja schon was, dann brauchen wir ja gar nicht hoch. Oder? Ich kletter gerne an Sachen hoch. Wollen wir hochklettern? Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Es ist noch nicht Zeit dafür. Oh, die Zeit ist noch nicht reif. Geheimnis. Hallo? Das sieht gut aus hier. Ich habe es glaube ich gefunden. Geheimnis. Der Boden leuchtet. Leuchtende Böden sind immer gut. Können wir stampfen? Ne, ne? Konnten wir noch nicht. Nein. Ja, okay. Kriegen wir noch. Okay. Okay, aber wir haben die Mission dafür schon mal. Das ist doch schon mal gut. Dann wissen wir schon mal, wo die ist. Was? Ich vermute, wir müssen auf die... Können wir auf den Pilzen hier drauf? Ne, ne? Ja doch. Da vorne ist ja so ein Kletterding. Oh, das geht doch. Okay. Da sind auch Dings dran. Hux. Das ist zu hoch. Da ist eine, guck mal da. Da war so ein Popel, den man abschießen kann. Ein Popel? Da sind mehrere Popel. Oh. Aua. Was schießt du an? Ach, wie? Okay. Einer ist hier noch, glaube ich. Ne, doch nicht mehr. Hast du alle weggemacht jetzt. Kommen wir da oben an den Dinger? So einen kleinen? An das da? Weit weg. Das sieht wirklich weit weg aus. Oh, warte mal. Das hole ich eben. Das ist nett. So. Komm ich da jetzt dran? Ja, okay. Darf vielleicht weiter über die Pilze rüber? Ne, mach ja gar keinen Sinn. Ne, ich glaube wir müssen... Drück mal Z. Wir müssen jetzt in die Richtung. Aber über die Pilze. 120 Meter. Das ist nicht weit, eigentlich. Oh Gott, hast du... Ich hab nichts gefunden. Nein. Oh nein. Ah. Äh, da können wir hochklettern. Ah, okay. Äh, was waren das? Die... Das sind die Greifsamen hier. Die hier. Zack. Greifersamen. Genau. Gehst du erst oder was? Ja. Und dann da rüber? Äh, cool. Und dann da rüber? Äh, da rüber. Wir werden angegriffen gleich. Okay. Doch nicht. Kannst du kommen? Jo. Ja. Ich hab das gesehen. War das das? Ne. Fett. Ne, warte. Da unten. Da. Ach da, ja. Ja. Ja, dann können wir auf die Pilze zurück und dann da runter. Und dann runterhüpfen, ne? Da ist aber wieder ein fieser Gegner. Oh, da ist auch noch ein Level. Ja, ich seh ihn auch. Ich geh runter, ich hab nen aufgeladenen Schuss. Ne, ein Levelaufstieg. Hä? Okay. Der ist unsichtbar. hin auf die augen teleportiert sich voll der anlass das anders du kannst du was wir waren dass wir gescannt einer ist hier noch mehrere mag ich will kommen denn hier das sind nicht die die wir kennen man muss ziemlich genau treffen sich aufgeladen ist besser also ein haben wir schon ja ein hat nur noch ein ding ja der hier man kann nicht auf die schießen wenn die wenn die ich habe den anderen erst mal leben hier ist unser ziel wo ist unser ziel kartograf vorgetreten okay ja mensch das wollen wir uns nächstes mal würde ich sagen ja in die höhle gehen wir auch nächstes mal tschüss